Achtung! Dieses Video ist nur zur Belustigung da und soll nur zu Unterhaltungszwecken dienen. Dies soll nicht ernst genommen werden. Falls Sie diesen Humor einfach nicht verstehen können und ihn auch nicht verstehen wollen, dann schalten Sie bitte dieses Video ab. Vielen Dank! Schönen guten Tag! Ich bin der Führer von dem vierten Reich bzw. ReichsTV. Ich möchte euch nur etwas erzählen und das ist nicht sehr schön. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Internet-Gedöns, was hier seit neuestem auf dem Markt ist, wie deine Tube oder Fressenbuch. Diese ganzen Sachen, die sind sehr gefährlich und sind von unseren Feinden in Amerika. Wir können das nicht mehr auf uns setzen lassen und haben uns auch einen Kanal erstellt. Zu diesem Erschluss bin ich nachher gekommen, dass es auch viele andere Kanäle gibt, die hier gar nicht vor mir sind. Nein, nein. Mir zum Beispiel der Führer BunkerTV. Ja, mein Freund, jetzt passt mal auf. Ich weiß ja nicht, was daran lustig ist, mich hier zu verkörpern. Aber ich bin hier Unterhaltungskomiker und möchte das auch praktisch nicht von mir abweisen. Ich bin der richtige Adolf. Kein anderer. Also, hört mir jetzt ganz gut zu. Abonniert ReichsTV für lustige, deutsche, arische Kommentierungen von Let's Plays bis zu Gameplays und vielen anderen lustigen Sachen. Vielleicht kommen noch Synchronisationsvideos. Das wäre auch sehr lustig. Deshalb empfehle ich Ihnen zu abonnieren, damit Sie auf dem neuesten Stand sind. Außerdem können Sie den Führer Newsletter auch noch mit zu abonnieren. Das würde ich Ihnen sehr empfehlen. Ansonsten danke fürs Zuhören.